Hey und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's eure Frances World und heute habe ich wieder einen Chaos Vlog für euch. Nämlich meine Schwester ist wieder am Start und wir werden ein bisschen wohin fahren. Nämlich nicht mit dem Auto, auch nicht mit dem Zug, auch nicht mit dem Fahrrad, weil das seht ihr dann mit was wir fahren. Und ich würde sagen, let's go! So, meine Schwester ist jetzt da am Start und ja, wie ihr seht, wir werden mit dem Longboard eine Runde fahren. So, wir sind jetzt auf dem Weg bzw. fahren wir jetzt schon und wir müssen schon ein Stück fahren. Aber das Geschäft, wo wir hinwollen, hat bis 20 Uhr offen, oder? Ja, dann haben wir noch eine Menge Zeit und heute ist voll schönes Wetter. Also ein bisschen kalt, aber Sonne scheint. Ich habe schon gesehen, wann wir jetzt mal arbeiten können, wie es läuft? Wetter uns noch mal ein bisschen. Oh, mein Gott, was operates! Was ist das? 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 Ich habe keine Schwester hier? Was ist das? Wir haben es bald geschafft, wir sind auf der Hälfte, nein, wir sind weiter. So, wir haben jetzt eine kleine Pause eingelegt und jetzt gehen wir zu dem Laden und wir hoffen, dass es da dieses Getränk gibt, was wir kaufen wollen. Mal schauen. Nur, man schauen, wir finden noch gar nicht mehr. Bis zum nächsten Mal. Jetzt sind wir in der Süßigkeitenabteilung gelandet. Und einfach ihre Lieblingssüßigkeiten gibt es hier auch. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Sour Patches auch gerne mögt. Wir waren jetzt im ersten Geschäft und noch nicht da, wo es das Getränk geben könnte. Wir haben Sour Patches geholt, ihre Lieblingssüßigkeiten. Und jetzt schauen wir mal, ob es das Getränk in diesem Laden gibt. Also ich habe so die Befürchtung, dass es das, was wir suchen, hier nicht gibt. Es ist also irgendwie... Oh! 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 Schade. Das ist immer ein Dorscht. Oh! Ich bin da auch. Ah! Ich bin da auch schon. Sandwich Mahlzeit Und ja, wir werden jetzt dann wieder nach hause fahren, also sind wir jetzt da auch gefahren Trauen wir uns das? Pass auf! Wir wollen noch irgendwann ein Unfall warten. Aber da ist es immer so, schwierig, man weiß nicht, ob jetzt ein Auto kommt oder nicht. I don't know. Hilfe! Ähm, wir machen jetzt einen kleinen Haul. Will ich sagen. Also das sind jetzt Äh, ich hätte gesagt Quarkbällchen Aber meine Schwester hat gesagt, das sind Kinks Quik Also, jetzt sage ich schon Kinksbällchen wegen der Kinks Äh, Bankerl Nein, äh, Topfenbällchen Keine Ahnung Dann habe ich so Dann habe ich so feuerige Chips gekauft Ich glaube, mein Freund mag so Chilichips und scharfe Häusesachen Genau für mich Spaß Ähm, Rockstar Und Dann Dann noch so ein Rockstar Das ist irgendwie so mit, ähm Hanfsamen Ja Und äh, das sind die Patches drin Die habe ich schon aufgemacht Aber auf der Seite irgendwie ein bisschen zu sehr Deshalb ist das jetzt in so einer Ding drinnen Dann zwei so Reeses Ich liebe Reeses Und dann so ein Biomüll Weil wir keinen Biomüllbeutel mehr hatten Dann haben wir einfach Die Beide die gleichen Rieskettchen gekauft Die ist voll schön So mit Herzen Und so kleinen Edelsteinchen Dann habe ich noch so ein Neonagellack Dann Was noch? Genau Das war das letzte Äh, so ein Glitter Eyeshadow Finde ich auch richtig cool Ja Gönnen wir uns diese Tappen Quark Keine Ahnung Tappenbällchen Boah, die sehen voll lecker aus Mmmh Boah, die sind voll so weich Boah Also Leute Meine Empfehlung Die sind von Penny Und die sind übel übel lecker Also Und das waren jetzt vier Stück Für 1 Euro Also Also Echt Amazing Wir sind jetzt schon auf dem Weg nach Hause Ich hoffe ihr hört mich Ja Es ist jetzt mittlerweile schon Abend Ja Ja Aber Trotz dass wir den Das Getränk nicht gefunden haben Beziehungsweise Gab es das nicht Ist ein bisschen sad Aber Es ist schlimm Ich finde es war trotzdem ein cooler Tag Beziehungsweise Nachmittag Wir sind jetzt bei meiner Schwester Bei meiner anderen Schwester Und Ihr Lift ist einfach mega alt Und Was ist das? Okay Jetzt Ja Drück mal Wie denn? Eins Huch Ja Und Da fahrt eine Verone-Vorwarnung los Und Da kann man einfach die Wand berühren Scary fonds Und altar und Weil Wir lassen jetzt den Abend hier noch ein bisschen ausklingen und das wollte ich euch noch zeigen. Meine Schwester hat so eine süße Tasse geschenkt bekommen zu ihrem Geburtstag. Ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Aber die ist so so süß, ihre beiden Katzen sind einfach drauf. Nala und Simba. So, wir sind jetzt auf dem Weg wieder nach Hause. Und ja, jetzt haben wir den Abend ausklingen lassen, unsere Longboards. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und vielleicht ist meine Schwester dann auch wieder am Start. Mal schauen. Und ja, ich würde sagen, bis dann. Danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Billia Bates Untertitelung des ZDF, 2020